Seid ihr bereit, den letzten Farbstern zurückzuholen hier in Zirkus La Pesla Zuli? Oder, ja, doch. Willkommen zurück bei Paper Mario Color Splash. Ich hatte gerade schon mal eine Aufnahme, die war fail, weil ich vergessen habe, das passende Dings zu kaufen für den Fight. Und ich habe einen Tipp bekommen, wo ich ein angeblich für mich interessantes Dings herkriegen würde. Und das werde ich euch jetzt gleich auch sofort zeigen. Das sah gerade so aus, als eher was. Es gab nur 50 Tickets für uns, Scheiders, und die sind alle verkauft. Oh, schade. Ich habe gehört, dass der Zirkusdirektor bereits für diese Vorstellung eine besondere Überraschung vorhat. Und, was ist das für eine besondere Überraschung? Hallo. Dieser Eingang ist nur für Künstler. Bist du ein Künstler, siehst du mir nicht so aus. Joshis! Danke für die Rettung, Mario. Ich wollte einen der Joshis streicheln. Da hat er mich angekaut und ausgespuckt. Ich bin der Anführer der Rettatauts. Ich würde mich gern weiter unterhalten, aber ich muss zum Treffpunkt. Der Anführer streichelt Joshis. Weisheit fürs Leben. Warte. Die sind noch nicht bereit für einen Auftritt im Zirkus. Vorsicht, vor der Zunge. Hallo. Ich würde sagen, dann stellen wir uns erstmal der Show. Nochmal danke, dass du mich gerettet hast. Laut unserer Information befindet sich in diesem Zirkuszelt ein großer Farbsterb. Die roten Rettatauts bereiten einen Zugriff vor, aber keines der Mitglieder ist hier. Wir haben ein kleines Problem. Wir haben ein großes Problem. Ich habe gerade extrem viel Backtracking betrieben, um die 39 Toads, die mir noch fehlten, zu holen. Deswegen war gar nicht so einfach. Aber hier vorne ist noch ein Farblos-Fleck, den hätte ich ja fast übersehen. Ach gut, ich dachte, hier fehlt einer. Abziehen. Eins, zwei, drei, fünfzig. Fünfzig. Vermisst, roter Toad. Und Fail. versuch drei jetzt müsste ich alle haben habe ich vorhin auch schon gedacht ok jetzt endlich ja wir haben sie alle 50 roten rettertort sind anwesend jetzt müssen wir nur warten bis die show beginnt sobald die alle plätze gefüllt sind das nenne ich mal ein publikum das zelt wird voll bis unter den kuppeln sein vielen dank fürs warten der anführer und nun final bostkampf das ist also ein zirkus hier ist es so lecker alle plätze sind voll und das publikum geht vor freude ich war schon ich war noch nie im zirkus ich bin so aufgeregt und meine damen und herren tod zum schein geist klempner jedem leibsumfang in wenigen momenten beginnt die fantastische vorstellung des unglaublichen zirkus lapis lazuli und wir beginnen mit einem echten knüller der vorstellung über die jeder spricht halten sie sich fest es geht los mit nämlich super show der illusion leibsum der Welt. Was Sie nun sehen werden, mag Sie schockieren, es mag Sie verblüffen, aber es wird auch auf jeden Fall Sie beeindrucken. Scheinwerker, der Zirkusdirektor hier ist, wie Sie sehen, ein mehr als gewöhnlicher Scheinwerker, ja, dich an meine Richtung. Wachst du nicht bei der Probe, oder wie? Der verdreht die Augen immer so still. Richten Sie nun Ihre wertesten Augenmark auf das hier, mein Zauberstab. Phänomenale Zauberkraft in meinem, in einem handlichen Stab. Jetzt zählen Sie ihn noch und... Jetzt ist er weg, wie hat er das bloß gemacht? Was, wo ist dahin? Hab ich ihn verdampft? Werter Herr, haben Sie ihn gesehen? Danke, danke, Sie lassen Sie sehen richtig. Oh ja, ein großer, grüner Farbstern in all seiner Kraft. Ihre Aufmerksamkeit, bitte? Warum tut sich? Nee, wo könnte der Farbstern noch sein? Der Herr dort mit dem lächerlichen Schnurrbart und dem rostigen Eimer? Was denken Sie, wo befindet sich der Farbstern? Sie haben den, den nicht für irgendwas gebraucht, oder? Okay, das wäre ja auch wirklich zu schade. Wo ist sofort, Herr, dieses, dieses etwas von Lemmy hat ihn verschwinden lassen, bevor er selbst verschwunden ist? Was? Er hat ihn jetzt verschwunden? Das war, äh, so nicht abgemacht. Oh nein, wir müssen das Publikum hinhalten. Los, geh raus da und mach irgendwas. Äh, also, hallo Leute! Wir haben ein paar technische Schwierigkeiten. Einer unserer Künstler ist verschwunden. Tja, jedenfalls viel Spaß mit unserem Ersatzprogramm. Mario, dieser Lemmy muss mit Bowser unter einer Decke stecken. Also, ich, seine, Visage gesehen habe, habe ich nicht recht sowas gedacht. Ich kann den großen Farbstern, aber noch riechen. Er muss also nicht hier in der, er muss also in der Nähe sein. Tun wir uns. sieh. riechen 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 Das bringt auch da drauf. Wenn Yoshi ist, weil... Joshi! Lange nicht gesehen, Mario. Joshi, danke für deine Hilfe im Hotel. Joshi, da war es ja vielleicht unheimlich. Joshi, ich bin dir was schuldig. Joshi, ich wollte meinen Freund aus dem Käfig befreien. Joshi, aber ich weiß nicht recht, warum sie unbedingt hinaus wollten. Joshi! Ah, Joshi, der ist süß. Joshi! 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 Joshi, kann ich nicht drüber klagen. Seht ihr das? Da ist das Klo. Ich speichere meinen. Hier, seht ihr, ist das Klo. Mario! Trottel! Ich werde nichts sagen, aber es fehlt uns nur noch ein Dings. Oh, helles Licht ist nicht gut. Oh, noch mehr helles Licht, auch noch nicht gut. Es kann weitergehen. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ein Applaus für Mario und Fabians große Spaßmacher. Also, nicht zu schüchtern. Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Ich kann vor dem Publikum nicht sprechen, aber... Hilfe. Ja, alles Licht. Äh, ja... Sag mal, was ist die beste Eigenschaft eines Eimers? Oh, Fabian. Das wird nicht einfach. Auf dem Wertstoffhof war das immer der absolute Brüller. Alter. Und ich dachte, weil Papier sich auf Recycling lässt. Und ich dachte, weil Papier sich auf Recycling lässt. Lass mich das mal machen. Alles gut, Mario. Hast du vielleicht einen Witz auf Lager? Bitte habe einen Witz auf Lager. What? Das hat euch gefallen, aber... Und Pinsenwitz wird verkannt? Warum hat mir niemand einen Pils zugeworfen? Das ist Mario, wie wir ihn kennen. Und jetzt der Moment, auf den sie alle gewartet haben. Die Hauptadoption vom Zirkus Lauslus Lausone. Diese möglicherweise hochriskante Darbietung wird Ihnen... Ihr Nervenkostüm an den Rand der Belastbarkeit bringen. Ne, gehen wir los. Ich vermute, das ist jetzt so eine Art Wellenkampf. Bis wir nachher zu Lemmy kommen, heißen sie unsere Gäste auf der Bühne willkommen. Ein schreckliches Ungetüm mit 8 Köpfen, 16 Augen und einem Rad. Die fantastische Einrad-Einrad-Guys. Der dumme Einkauf. Ah, ne, er hat acht Köpfe. Ah, wir vertagen. Entschuldigung. Juhu! Rein alle. 2 mal Hüpf-Pushen. Ich hab keine Ahnung ob, das was bringt. Was ist das? Er hat die Yoshis Frau ausgelassen. Bringt also doch was an, nicht viel. Was mach ich da? Ach, vielleicht hilft das ja. Ja, es hilft. Das hilft so gut. Au. Oh, bravo. Also, die sind mal sowas von gefeuert. Apropos gefeuert. Ein warmherzigen Empfang für unsere nächsten Künstler. Die feuerspungenden Dinos und ihr... Ja, vom Törer. Ah, schade. Ja, das geht. Vielen Dank. What the hell? Ich komme gerade gar nicht klar, wie stark sind die Teile? Ich komme gerade gar nicht klar, wie stark sind die Teile? Ich komme gerade gar nicht klar, wie stark sind die Teile? Ich komme gerade gar nicht klar, wie stark sind die Teile? Ich komme gerade gar nicht klar, wie stark sind die Teile? Ein Dino ist wenigstens schon lecker. Ich komme gerade gar nicht klar, wie stark sind die Teile? Ich komme gerade gar nicht klar, wie stark sind die Teile? Ich komme gerade gar nicht klar, wie stark sind die Teile? Ich komme gerade gar nicht klar, wie stark sind die Teile? Trotzdem hätte ich lieber noch zwei Wurfe dabei, weil... Ich wusste doch, der stirbt noch nicht sofort dadurch. Ich komme gerade gar nicht klar, wie stark sind die Teile? Ich komme gerade gar nicht klar, wie stark sind die Teile? Wie bitte? Der spinnt doch. Ich habe keine Farbe mehr. Und gleich auch keine Nerven mehr, wenn es so weitergeht. Ich werde sie wohl eh nicht mehr brauchen. Ach, mein Fuß. Der hat geglaubt. Ist doch kein Bosskampf, oder? Das zählt doch jetzt noch nicht als Bosskampf, oder? Ach nee. Und jetzt habe ich dich ins Aus gespielt. Du kleines Etwas. Und du kleines Etwas auf. Heilung. Werft Heilung rein. Machen wir gleich weiter ein. Bei einer Aussage. Bewusst. Nicht ohne Stolz den... ...Dings Turm. Käfer Turm. Ach ja. Ich habe keine Ahnung, wie stark dieser Turm ist. Aber ich werde ihn schon aushalten. Nein. Nein. ... Hau. Ach ja. Hmmm. Hau. Ach, man!